Es geht um das Thema Impfgegner. Impfgegner und hatten die Impfgegner recht? Und das sieht wie folgt aus. Meinung neues Corona-Wissen von Ulrich Breulmann. Corona-Impfungen schützten nicht vor Ansteckung anderer. Hatten die Impfgegner doch recht? Was ist denn da los? Die Erkenntnis das Corona-Impfungen nicht davor schützen, andere anzustecken, sorgt für Wirbel. Hatten die Impfgegner recht? Waren Zutrittsverbote für Ungeimpfte unrecht? Ein Kommentar. Ja, ich gehe stark davon aus, dass er jetzt bestimmt sagen wird, ja, die Impfgegner hatten recht und gut, dass es Leute gab, die sich dagegen gestellt haben und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die nicht einfach blind links hinterher rennen und sich vielleicht Dinge mal durchlesen und vielleicht mal Dinge hinterfragen und dann im Endeffekt einfach Recht haben. Also bin ich mir sehr sicher, dass er das bestimmt sagen wird. Also zu 100 Prozent. Aber das lesen wir uns aber durch. So merkwürdig diese Frage jetzt, wo die letzten Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, auch klingen mag. Aber hatten die Gegner der Corona-Impfungen vielleicht doch recht? Wurden sie zu Unrecht an den Pranger gestellt? Vom gesellschaftlichen Leben quasi ausgeschlossen, wie Aussätzige geächtet, als das Coronavirus das Land in Angst und Schrecken versetzte? Im Endeffekt versetzte das Coronavirus das Land nur in Angst und Schrecken wegen den Medien. Ja, aber nur gut. Als es für Beschäftigte im Gesundheitswesen zwischen März 2022 und Januar 2023 eine Impfpflicht gab und eine Seuche für alle diskutiert wurde? Das ist die Frage, liebe Leute. Wurden sie zu Unrecht an den Pranger gestellt? Oder war es richtig? Ich bin mir sehr sicher, dass der Kollege auf die Antwort Ja kommen wird. Er wird sagen Ja, sie wurden zu Unrecht an den Pranger gestellt und sie hatten Recht. Sie waren die, die sich dagegen gestellt haben, die den Mut hatten und nicht blindlings irgendeine Binde angezogen haben und gesagt haben, jo, ich bin dabei. Wird er bestimmt sagen. Oder? Seit einigen Wochen werden diese Fragen vielerorts wieder hitzig diskutiert. Inzwischen steht nämlich fest, dass eine Impfung zwar die Geimpften vor einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion schützt, aber nicht verhindert, dass ein geimpfter Infizierter seinerseits andere ansteckt. Also lässt sich daraus folgern, wenn ein Mensch mit einer Impfung trotzdem andere anstecken kann, waren alle Regelungen, mit denen Ungeimpften der Zutritt zu bestimmten Dingen verwehrt wurde, überflüssig und unsinnig. Dann wurden die Freiheitsrechte von Menschen völlig unnötigerweise eingegrenzt. Damit standen die Impfgegner doch auf der richtigen Seite. Oder doch nicht? Hä? Auf gar keinen Fall, denn das waren immer noch böse Corona-Impfgegner. Das geht ja gar nicht. Man hätte einfach mitmachen sollen. Egal, weil böse. Gucken wir mal, was er jetzt noch schreibt. Besserwisserei im Nachhinein. Oh, aus heutiger Sicht kann man so argumentieren. Man kann das Ganze aber auch als Besserwisserei im Nachhinein, als Rückschaufehler oder gerne auch flapsig als postmortale Klugscheißerei bezeichnen. Ja, hätte man 2021 und zu Beginn des Jahres 2022 das alle schon gewusst. Was wir heute wissen, hätte man sicherlich anders gehandelt und entschieden, liebe Leute. Es ist Besserwisserei, dass die Leute nicht mitgemacht haben, dass sie jahrelang, also sagen wir mal knapp drei Jahre, als Außenseiter diffamiert wurden, ausgegrenzt wurden, beleidigt wurden und so weiter und so weiter. Das ist jetzt heute einfach Besserwisserei. Das ist Besserwisserei, liebe Leute. Und dass ihr euch jetzt hier hinstellt und sagt, ja, wir hatten doch recht, warum lasst ihr euch noch impfen? Hört bitte auf, euch impfen zu lassen, denn es bringt nichts. Das ist jetzt Besserwisserei, liebe Leute. Dass ihr euch habt beleidigen müssen, beleidigen lassen müssen, dass ihr ausgegrenzt wurde, oder dass ihr in keine Lokale rein durftet, dass ich von meiner Familie ausgegrenzt wurde, ist heute Besserwisserei. Also wenn man recht hatte, bei so einer wichtigen Sache, wenn man genau wusste, dass man verarscht wird, dann ist das Besserwisserei, liebe Leute. Das passiert, wenn man nicht einsehen kann, dass man drei Jahre lang hinter einer blinden Ideologie und Lüge hinterhergelaufen ist. Man kann es nicht einsehen, dass man einfach Unrecht hatte. Man kann es nicht einsehen, dass Menschen mit einer anderen Meinung einfach Recht haben. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie arrogant man sein kann. Was für ein dummer Mensch und was für ein bösartiger Mensch muss man sein. Und zum Ende noch einmal, vom Gebot der Klugheit und Vorsicht, liebe Leute. Seinerseits wusste man einfach noch zu wenig. Ja, das ist, also man wusste einfach zu wenig. Man hat die Leute ausgegrenzt, diffamiert, beleidigt, als, äh, als Ratten betitelt in den Öffentlich-Rechtlichen, als quasi mehr oder weniger, ja, ich, ich möchte es nicht aussprechen, aber man wurde komplett ausgegrenzt. Man war der böse Mensch für alles. Man wusste einfach zu wenig. Hallo Leute, seid doch jetzt nicht stinkig. Ja, Gabba, also, dass du jetzt mit deiner Familie komplett gebrochen hast, weil die dich ausgegrenzt haben. Dass du deinen Job verloren hast, weil du dich nicht hast impfen lassen. Dass du, ähm, ja, auch viele Kontakte verloren hast, weil du dich hast nicht impfen lassen. Also, das ist doch sicherlich deine Schuld. Denn du warst ein kleiner, du war, Besserwisser. Ein kleiner, böser, Besserwisser warst du. Das gilt sowohl für das Coronavirus selbst auch, als auch für die Impfung. Es gab keine jahrelangen Studien, um die Frage zu klären, ob eine Corona-Impfung auch die Ansteckungsgefahr reduziert. Hätten die Verantwortlichen jahrelang mit der Impfkampagne warten sollen? Nein, wir wissen zu 100 Prozent, und wir haben das alles mit Videobeweis, dass diese wunderschöne Frau Small, ich glaube, sie war irgendwie, irgendeine Vorsitzende von Pfizer, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welchen Titel sie inne hatte, sie hat gesagt, dass von Anfang an klar war, dass das nicht vor einer Ansteckung schützt. Sie wussten es von Anfang an, also ja, man wusste von Anfang an, dass dem so ist. Also ist die Aussage, seinerseits wusste man einfach zu wenig falsch. Und wenn Pfizer das weiß, wussten das auch Leute wie Lauterbach. Ja. Ich weiß, das ist jetzt Besserwisserei, was ich hier an den Tag lege. Ja, das hat natürlich nichts mit Gegenargumentieren und deine lächerlichen Aussagen kaputt zu machen. Das hat natürlich damit gar nichts zu tun. Das ist natürlich Besserwisserei, was ich jetzt hier so sage. Das geht ja gar nicht. Man wusste es von Anfang an. Man wusste, dass die Impfung nicht vor einer Ansteckung schützt. Das wusste das Unternehmen, das wussten die Minister und Politiker und was weiß ich und trotzdem wurde es durchgezogen. Also komme nicht mit irgend so einer beschissenen Besserwisserei. Die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe stand zwar fest, eine Reduzierung der Ansteckungsgefahr vermutete man dagegen nur. Hätten die Verantwortlichen diese Vermutung einfach ignorieren sollen? War es nicht ein Gebot der Vorsicht und Klugheit, in diesem Punkt lieber auf Nummer sicher zu gehen? Ist es nicht vielleicht klug und richtig, dass man einfach die Fakten darstellt und nicht irgendwas erfindet, um die Leute einfach nur zu verarschen? Sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, wo es wichtiger ist, seine eigenen Ideologien und seine eigenen komischen Weltvorstellungen allen Leuten aufdrängen zu müssen, als einfach mal die wahren Fakten und Belege darzustellen? In was für einer Zeit sind wir angekommen? Gehen wir wieder die Zeit zurück und müssen wir wieder in Zeiten zurückgehen, wo Leute eine Binde getragen haben und wirklich alles blindlings mitgemacht haben? Ich möchte diese Zeit nicht mehr haben. Ich möchte, dass Leute selber nachdenken. Wenn die Verantwortlichen einen dankbaren Ansteckungsschutz durch die Impfung ignoriert hätten und im Nachhinein hätten sich gezeigt, dass eine Impfung doch einen solchen Effekt hat, was wäre dann gewesen? Diese Frage ist völlig nichtig und sinnlos. Es ist nämlich nicht so. Warum muss man das Ganze jetzt so umdrehen? Sieh doch einfach ein, dass wir Recht hatten. Sieh ein, dass wir bei einer sehr wichtigen Sache Recht haben. Wir reden nicht darüber, welches Kleid schöner aussieht. Wir reden nicht darüber, ob es besser gewesen wäre, ob ich mein Zimmer rot oder gelb gestrichen hätte. Wir reden hier über etwas, was die Gesundheit betrifft. Du hast dir etwas reinballern lassen, was nicht richtig erforscht ist und was nicht das bringt, was angepriesen wurde. Das heißt, wir reden hier nicht über eine Lappalie. Wir reden über etwas, was essentiell ist. Und das dann einfach so abzutun zeigt, dass du nicht verstehst, wie wichtig das Ganze ist. Und vor allem zeigt das, dass du dir nicht eingestehen kannst, dass du einfach falsch lagst und dass du etwas Doofes gemacht hast. Du möchtest das irgendwie rechtfertigen. Und da bin ich nicht dabei. Würden die Besserwisser dann heute nicht beklagen, dass unverantwortliche Politiker tausende Leben auf dem Gewissen hätten, weil sie eine solche Möglichkeit schlicht beiseite geschoben hätten? Äh, nee. Die Besserwisser hätten dann gesagt, hm, achso, man wartet also, bis man Fakten hat und bis man wirklich zu 100% alles schwarz auf weiß hat. Und man richtet sich dann wirklich nach den gegebenen Belegen und Statistiken und Wahrheiten und nicht nach irgendwas, was man sich gerne aus den Fingern saugt. Entscheidungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Basis des zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Wissens getroffen wurden, wird mit dem Wissen aus der Perspektive von heute zu kritisieren, ist geradezu grotesk unfair. Du bist ein Idiot. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Du bist ein ekeliger Idiot, wenn du das so meinst, wie du das hier schreibst. Einfach nur, um diese linksgrüne, woke, was weiß ich was, Ideologie zu schützen. Diesen Impfwahn, diese Corona-Politik zu schützen. Einfach nur irgendwie, um gut dazustehen. Du lagst mit all deinen Anhängern falsch. Und das ist der absolute Großteil. Es war von Anfang an klar, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und wir haben es verstanden. Wir haben da nicht mitgemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich traue dieser Regierung nicht und ich lasse mir nicht irgendwas reinspritzen, was nicht richtig, ich sage mal, untersucht wurde und wo wir noch keine richtigen Fakten haben. Also bin ich froh, dass ich selber nachdenken kann. Und ich bin auch froh, dass du einfach nur nachrennst und mitmachst. Und dann sind wir immer noch die Bösen, egal was passiert. Denn das Einzige, was du machst, ist, während dieser drei Jahre wird auf uns eingedroschen, weil wir angeblich die Bösen sind. Und dann kommt raus, dass wir Recht haben. Und dann wird weiter auf uns eingedroschen. Denn wir sind die Bösen, denn wir hatten Recht. Egal wie du es drehst und wendest, man möchte uns immer, immer den schwarzen Peter zuschieben. Oh, das war jetzt rassistisch. Denn irgendwie möchte man uns immer in die böse Rolle bringen. Egal was ist, ihr habt Recht, ihr seid die Bösen. Ihr habt Unrecht, ihr seid die Bösen. Ihr denkt selber nach, ihr seid die Bösen. Egal was man machen möchte, man ist immer der Böse. Genauso wie uns immer eingeredet wird, wir seien rassistisch einfach nur, weil wir weiß sind. Ihr seid einfach nur Clowns. Und kommt damit klar, dass ihr einfach nur blindlings hinterhergelaufen seid, dass ihr Unrecht hattet bei einer sehr essentiellen Sache. Und es geht nicht um eine kleine Lappalie. Das war mein Wort dazu, liebe Leute. Tut mir leid, dass ich ein bisschen übertrieben habe vielleicht. Aber ja, das regt mich so auf. Dieses Thema regt mich einfach so dermaßen auf, dass man sich auch noch wie so ein arroganter Penner dahinstellt und uns weiterhin einfach diffamiert. Und uns jetzt weiterhin mit dem Baseballschläger auf den Kopf haut und sagt, ja, ihr seid weiterhin die beschissenen Menschen, denn ihr hattet ja Recht. Jetzt ist mittlerweile Recht haben, es ist einfach zum Kotzen. Recht haben ist mittlerweile dumm. Scheinbar ist es jetzt dumm und einfach nur besserwisserisch, wenn man Recht hat.